Problemlos haben wir unseren Urlaubsort, der sich etwa 10 km östlich von Montrichard entfernt befindet, erreicht. Der kleine Ort ist ein sehr guter Ausgangspunkt für unsere Besichtigungstouren durch das Tal der Loire. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, denn im Ort gibt es einen Bäcker, einen Fleischer sowie einen kleinen Lebensmittelhandel. Unser Urlaubsquartier ist ein für diese Region typisches Haus. Das Auto parkt sehr gut auf ein zum Haus gehörendes Gelände. Im Haus befindet sich eine gut eingerichtete Küche. Das Schlafzimmer ist ebenfalls in Ordnung. Auch das Bad lässt keine Wünsche offen. Das Wohnzimmer ist geschmackvoll eingerichtet und besitzt einen Kamin. Das Beste ist der 170 Quadratmeter große Garten. Das Beste ist der 170 Quadratmeter große Garten. Nach den Besichtigungstouren werden wir hier gut ausspannen können. Nach den Besichtigungstouren werden wir hier gut ausspannen können. Morgen werden wir uns in der näheren Umgebung von unserem Urlaubsort umschauen. Das Ganze ist der Sohn Museum. Das Ganze ist der 1,5-Jährige ein Bedeutung. Das Ganze ist der 17 Grad des Bedeutungsstouren. Und da müssen wir uns in der Näheen, dass das Bedeutung ausformiert werden. Das Ganze ist der Standort. Das Ganze ist der Sohn Kỏi-Konchall. Das war's für heute.